Guten Abend für euch, für euch alle vor den Bildschirmen heute am Samstag, am Samstag, an dem Samstag vor dem ersten Advent, heute der 26. November, morgen am 27. November ist ja schon der erste Advent, am weitesten diesmal weg vom 24., also der vierte Advent, und dann ist dann am weitesten weg vom Heiligabend, weil Heiligabend Samstag ist, wenn Heiligabend Sonntag wäre, wäre es ja der vierte Advent, also weiter geht es nicht auseinander, deshalb könnte man sagen, so früh, aber die Adventszeit ist sozusagen länger als sonst, aber auch schön. Der Herr Mutterstern leuchtet schon draußen in der Dunkelheit und heute gibt es ein Gedicht als Nachruf und Wertschätzung und Huldigung eines Lyrikers, Essayisten, Romanciers, intellektuellen Deutschen Hans Magnus Enzensberger, der vor zwei Tagen mit fast 100, 93 Jahren gestorben ist und wahrscheinlich hat er gelächelt, gelächelt. In München ist er gestorben und der hatte immer so, der war immer so verschmitzt, irgendwie so herrlich, der war verschmitzt. Und der hat mal gesagt, also in einem Interview irgendwie, also ob er, wie das so ist mit dem Nachruhen und so, irgendwie, wie er das so einschätzt, ob er denn berühmt wird, dann auch später und so, er sagte, also die Nachwelt ist nicht so sein Ding, es sollen die Nachkommen unter sich selbst ausmachen. Das war sensationell. Er hat einfach immer im Jetzt und Hier gelebt und hat als Lyriker angefangen und dann herrliche Essays geschrieben und Romane, unter anderem einen Hammerstein oder der Eigensinn über Kurz von Hammerstein, dem letzten Chef der Heeresleitung, bevor die Nazis an die Macht gekommen sind. Ein wirklich sensationelles Buch, 2008 ist es rausgekommen. Also wer sich so für diese Geschichte interessiert, der muss das lesen. Es ist ja im Prinzip ein Sachbuch, aber es ist eben so als Roman geschrieben. Also eigentlich im Stile von, vielleicht von Stefan Zweig eher, so, der Maria Stewart geschrieben hat oder Marie Antoinette. Also, ja, ist eine Empfehlung. Das Gedicht heute, Middle Class Blues. Wir hören es erst mal. Wir können nicht klagen, wir haben zu tun. Wir sind satt. Wir essen. Das Gras wächst, das Sozialprodukt, der Fingernagel, die Vergangenheit. Die Straßen sind leer, die Abschlüsse sind perfekt, die Sirenen schweigen. Das geht vorüber. Die Toten haben ihr Testament gemacht, der Regen hat nachgelassen, der Krieg ist noch nicht erklärt. Das hat keine Eile. Wir essen das Gras, wir essen das Sozialprodukt, wir essen die Fingernägel, wir essen die Vergangenheit. Wir haben nichts zu verheimlichen, wir haben nichts zu versäumen, wir haben nichts zu sagen. Wir haben. Die Uhr ist aufgezogen, die Verhältnisse sind geordnet, die Teller sind abgespült. Der letzte Autobus fährt vorbei, er ist leer, wir können nicht klagen. Worauf warten wir noch? Geschrieben hatte das Gedicht 1964 mit 25, 35 Jahren. Jetzt könnte man sagen, oh, das ist ja alles nicht so und jetzt haben wir ja Krieg und so. Aber wenn ihr mal genau hinhört, ist es genau noch so. Es ist einfach ganz genau so. Wir richten uns ein. Wir richten uns auch ein mit den höheren Gaspreisen, die vielleicht kommen. Wir richten uns auch rein mit der Klimakrise. Oder hören weg. Also wir sind genau wieder bei diesem Thema. Regen wir uns auf darüber, dass sich die letzte Generation auf die Straße klebt und damit Aufmerksamkeit wecken will und auf den Flughafen BER eindringt und mit dem Fahrrad über das Rollfeld fährt und einen ganzen Tag oder zwei Tage keine Flugzeuge starten konnten. Ist das ein Ärgernis? Oder wachen wir auf? Oder machen wir einfach weiter? Weil? Uns betrifft es ja nicht. Also noch nicht. Noch nicht so doll. Und die 30 Jahre, ach, die schaffen wir noch. Das sind die Fragen. Und 64 hat er es geschrieben. Er war immer schon ein bisschen weiter. Immer schon. Und er hat gelächelt. Wahrscheinlich auch kurz vor seinem Tod. Hat immer so ein verschmitztes Lächeln. Hans Magnus. Enzensberger. Vielen Dank für deine tollen, tollen Texte. Und euch wünsche ich einen schönen Rest Sonnabend. Und morgen, Sonntag, sehen wir uns wieder rein. Ihr wollt, macht's gut. Ciao.